Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem anderen Video. Ich habe, als ich jünger war, sag ich mal, ganz viel Horse gespielt. Wer ist ausgesprochen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das so ein Pferde-Zucht-Stimulator-Spiel, das man online spielen kann. Und ich hab mir gedacht, das wäre doch auch mal was für meinen Kanal. Und ich erstelle jetzt auf jeden Fall mal einen neuen Account. Wenn ihr wollt, dass ich später euch mal meinen alten Account zeige, wo ich halt mit Jahren gespielt habe, dann schreibt das ruhig mal in die Kommentare. Und also schauen wir es einfach mal an. Man kann sich hier zum Beispiel jetzt auch mal das Pferd aussuchen. Lippi Zahler ist ganz hübsch. Ich gehe immer nach dem Aussehen, ne? Also muss man bei mir... Das hört sich so fies an. Ähm, Ride-Pony, Shetland-Pony fand ich auch immer ganz, ganz toll. Tinker, Appaloosa, irisches Pferd. Oh Gott, und doch weitere Rassen. Aber die kann man jetzt nicht am Anfang wählen. Ich glaube, ich nehme entweder... Also ich finde ja Araber immer sehr schön, aber das gibt es nicht. Also nehme ich entweder Lipizzane oder Shetland-Pony. Ich glaube, ich nehme das Pony. So, und davon kann ich Fuchs nehmen, brauner, dunkelbrauner, rotbrauner, Fuchs mit heller Mähne, Apfelstimme oder Dunkelfuchs. Ich nehme erstmal Fuchs mit heller Mähne. So, maximale Fähigkeit springen. Genau, kriegen wir hin. Und erstelle dein Konto. Ja, ja, ja. Ups. Ja, ist zu kurz oder zu lang. Ich brauche einen Namen. Daddy. Äh. LP. Gibt es das schon? Weiß nicht. Ähm, Passwort. Jo. Mensch, seht ihr, da wollen sie alle meinen alten Account. Da habe ich mich schon den Namen geändert gehabt, nämlich. Ähm, mein Geburtstag. Ich habe am 14. Oktober 1995 Geburtstag. Und meine E-Mail ist natürlich daniyoutube.at.t-online.de. Ähm, ich gebe hier als Slogan den Personen ein, über die du heute kennengelernt hast, ne? Das bin natürlich ich selbst. Ich habe die allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Datenschutzrichtlinien gelesen und akzeptiere sie. Das machen wir natürlich auch. Also, das ist mein alter Account hier, ne? Können wir einfach mal gucken, wenn ihr Bock habt. Schreibt mich an, dann gucke ich mal. Und wenn ihr überhaupt Lust habt, dass wir spielen zusammen. Und dann können wir fortfahren. Spielen. Uh. Willkommen. Ja, bitte speichern. Willkommen nach Hause. Ich bin Emma und werde dich bei der Entdeckung der Welt leiten. Hallo Emma. Meine Stute heißt Gaia. Wir werden sie jetzt gemeinsam holen. Hallo Gaia. Damit konnte man nämlich noch selbst einen Namen geben. Hilf mir bei der Pflege von Gaia. Und ich verrate dir das Geheimnis einer erfolgreichen Zucht. Smiley. Gaia nimmt bald an einem Wettbewerb teil. Wir beginnen mit dem Training im Bereich Springen und ihre Fähigkeiten zu verbessern. Gut? Ui. Gut gemacht. Das Training von Gaia ist abgeschlossen. Ihre Fähigkeiten im Bereich Springen haben sich verbessert. Und die haben auf jeden Fall ein schöneres Tutorial mittlerweile. Sehr, sehr schönes. Gut. Gaia hat drei Stunden lang gearbeitet und ist jetzt müde. Ihre Energie hat abgenommen. Und drei Stunden sind weg. Für Gaia ist es jetzt elf Uhr. Cool. Bis 22 Uhr haben wir Zeit, uns um sie zu kümmern. Achte den ganzen Tag über auf die Gesundheit und die Moral von Gaia. Ein Pferd in guter Form hat immer die besseren Ergebnisse. Das Training von Gaia ist komplett abgeschlossen. Der nächste Schritt für ihr Wettbewerb ist die Ausstattung. Gaia ist fast fertig. Es fehlt nur noch der Sattel. Hier hast du 2000 E-Kurs, um einen zu kaufen. Dankeschön. Oh, fast hätte ich es vergessen. Ich muss dir noch zeigen, wo sich der Laden befindet. Gehen wir in den Laden. Super, es gibt einen Sattel, den sollten wir kaufen. Kaufen. Ui. Klasse, danke. Hier siehst du, dass der Sattel zu deiner Liste mit den Gegenständen hinzugefügt wurde. Genug gekauft. Lass uns zur Gaia zurückkehren. Pferde. Hey, kannst du ein Pferd satteln? Natürlich kann ich das. Was denkst du von mir? So. Ausgezeichnet, danke. Du verstehst etwas von Pferden. Gaia ist für den Wettbewerb bereit. Gaia hat eine besondere Begabung für Springen. Wir wählen ein Springturnier. Was anderes kann ich auch nicht wählen. Gaia hat eine besondere... Das haben wir eben schon gemacht. Aber okay, nochmal. Super, Gaia ist für den Wettbewerb angemeldet. Schauen wir uns einmal das Ergebnis an. Wow, das hätte mir nie mit gerechnet. Ich danke allen, die je an mich geglaubt haben. Danke. Yay, Gaia hat den ersten Preis gewonnen. Vielen Dank für deine Hilfe. Dafür schenke ich dir die 150 E-Quos, die sie gewonnen hat. Wie habe ich auch den Sattel gekauft? Ich zeige dir jetzt einen weiteren Laden, der für deine zukünftigen Pferde von Nutzen sein kann. Der Schwarzmarkt. Du zahlst noch mit Pässen und daher schenke ich dir einen davon. Yay, ich habe Pässe. Oh, die habe ich mir damals so oft gekauft als Kind noch mit Handy, ne? Oh. Auf dem Schwarzmarkt kannst du Bonusgegenstände kaufen, die dir das Leben leichter machen. Immer mit dem Handy schön 1,09, glaube ich, gekostet überweisen. Oh, fruchtbar kannst du ja mal schlafen. Stimmt es, dass du noch keine Pferde hast? Es wäre wirklich toll, Zwillingsfohlen zu haben. Ja, das weiß ich. Mit dem Fruchtbarkeitszauberstab kann Gaia nach einem Decksprung Zwillingsfohlen bekommen und die schenke ich dir. Gut. Objekt benutzen. Dieser Fruchtbarkeitszauberstab kostet einen Pass? Ja. Gut gespielt. Du findest diesen Fruchtbarkeitszauberstab in der Liste mit den Gegenständen von Gaia wieder. Sie ist jetzt für den Decksprung bereit. Suchen wir nach einem Hengst, der für die Deckung verfügbar ist. Bitte einen guten. Natürlich nicht. Wir möchten gute Fohlen, Herr Sichten. Dazu müssen das genetische Potenzial der Eltern prüfen. Der Blub der Eltern muss ebenfalls berücksichtigt werden. Je höher dieser ist, umso mehr gute Eigenschaften vererben sie. Uranus scheint ein vielversprechender Kandidat zu sein. Ihn sollten wir nehmen. Uranus und Gaia. Ja. Damals hat man nämlich, also als ich angefangen habe, boah, ich mache jetzt hier voll Nostalgie, ne? Da hat man ein Pferd bekommen, konnte es halt gleich benennen. Und die Eltern von diesem Pferd waren Uranus und Gaia, die Urpferde. Aber nehmen wir ihn jetzt halt. Dieser Decksprung kostet uns 500 für Uranus, plus 100 für den Tierarzt. Also insgesamt 600, das reicht. Wir haben genug Ecos. Das ist halt so, diese Tierarztkosten, die sind jetzt bei 100. Aber wenn man später mehr Geld hat, dann sind die teurer. Ich glaube irgendwie 10% der Reserve. Bis zu 10.000 können die dann kosten. Dann habe ich das immer so gemacht, dass ich irgendwie ganz viele Karottenwarns, glaube ich, gekauft habe für meine Pferde und die dann halt später wieder verkaufen konnte, um Geld für Decksprünge zu sparen. Können wir alles machen, wenn ihr wollt, dass ich das später nochmal mache. Lass uns den Decksprung ausführen. Meine Stute decken. Und ihr könnt ja auch reinschreiben, wenn ihr das selber spielt oder gespielt habt als Kinder. Oder noch immer spielt. Früher, weiß nicht. Gut gemacht. Gaia ist jetzt recht. Ich beitaste zwei wundervolle Fohlen. Yay. Ich bekomme Babys. Wir kümmern uns um Gaia, solange sie trächtig ist. Also ganze zwölf Monate in der Fällezeit. Keine Sorge. Es wäre sonst schrecklich. Striegeln. Wir beginnen mit den Striegeln. Gut. Habe ich gemacht. Archies, dann füttern wir sie vernünftig. Das Futter besteht im Wesentlichen aus Grünfutter. Ich habe dir etwas davon mitgebracht. Dankeschön. Ui. Wenn sie so gut gearbeitet hat... Jetzt weißt du alles, was du wissen musst und kannst sie füttern. Ich weiß nicht, was ich eben gelesen habe. Okay. Wenn du siehst, brauchst Gaia acht grünen Futter. Es ist wichtig, die richtige Menge einzuhalten. Zum Aussehen dieser Menge klickst du auf den grünen Anzeigen und siehst sie auf die acht. Oh mein Gott, ob ich das schaffe? Habe ich geschafft. Die erforderliche Menge an Hafer ist von der Aktivität abhängig, die Gaia im Verlauf des Tages praktiziert hat. Jetzt fütter man die Fälle zum Schluss. Heute braucht Gaia viermal Hafer. Klicke auf das Auswahlfeld und wähle die richtige Menge. Habe ich geschafft. Ich möchte gerne die Menge überprüfen, die du vorbereitet hast. Das ist perfekt. Du kannst ihr das Futter geben. Dankeschön. Was hätte ich, wenn ich mehr gemacht hätte? Kann ich nicht. Gut. Hätte ja sein können, dass ich mehr machen konnte. Früher konnte man sie noch grasen lassen am Reitzentrum. Das war auch cool. Super, mit dem Futter hat die Energie von Gaia wieder zugenommen. Yay. Gaia ist gut gestriegert und gefüttert worden. Du kannst sie jetzt schlafen lassen. Yay. Sobald ein Pferd schläft, kann es gealtert werden. Um direkt mit dem nächsten Tag zu beginnen, lässt du zehn Eiterungsbundel. Das trinkt sich gut, denn du hast zehn. Wow. Verwende einen Eiterungspunkt für Gaia, um direkt mit dem nächsten Tag zu beginnen. Da sind sie, glaube ich, zwei Monate älter. Zwei Monate, ich wusste es. Ich wusste es. Herzlichen Glückwunsch, Gaia ist bereits im vierten Trächtigkeitsmonat. Sie ist ausnahmsweise um vier Monate und ich habe nur um zwei Monate gealtert. Mach weiter so gut, äh, weiter so und die Fohlen werden schon bald zur Welt kommen. Gut. Ich mach das gut, ich kann das. Sie lenkt mich ab. Hey, Gaia hat ein neuer Tag begonnen. Du musst sie erst wieder striegeln. Ja, darf ich sie auch wieder füttern? Ui, sie wird glücklich. Yay. Aber mit so schönen Animationen eingebauten, auch wenn ich mich drüber lustig mache. Wir brechen schon bald seinen Ausritt auf. Kannst du Gaia vorher tränken, damit sie über ein Maximum an Energie verfügt? Natürlich kann ich das machen. So, Energie und Zeit. Richtung bald für den Ausritt, Mecaya. Dort weiten sie ihre Fähigkeiten aus. Können wir machen, wie lange? Die Dauer des Ausritts ist frei. Könntest du einen fünfstündigen Ausritt machen? Natürlich kann ich das. Für dich doch immer. Und sie bekommt Training. Ihre, ja, hauptsache Training. Ja, hat den Ausritt sehr gefallen und sie hat ihre Fähigkeiten ausgeweitet. Dafür geht ihre Müdigkeit runter, also ihre Energie und die Zeit geht weiter. Was für ein Austritt. Hoppla, Gaia ist einfach zu müde. Wenn ihre Energie unter 20 sinkt, ist sie beim Aufwachen am nächsten Morgen nicht in Form. Oder kann sterben. Ja, das können sie. Streich der Gaia, um sie zu motivieren, ihre Energie zu geben. Geh Energie, du... Dankeschön, liebes Pferd. Großartig, ihre Energie hat ordentlich zugenommen. Allerdings liegt sie nur unter 20. Ich nehme einige Karotten. Ich könnte sie auch einfach füttern. Dann geht ihre Energie auch ein bisschen hoch. Aber nein, Krauten sind gut für Gaia. Gib ihr eine. Ich nehme einfach Karotten. Yay. Weil ich sie nicht füttern will. Ich finde sie süß. Ich habe sie süße genommen. So, Gaia ist wieder gut zu Kräften gekommen. Oh, vergiss nicht, ihr etwas zu fressen zu geben. Ja, ich sag ja, ne? Da würde ihr nämlich auch die Energie wieder hochgehen. Hier, 4,2% sogar. Hätte ich keine Karotte gebraucht. Aber naja. Was soll man schon von Ebba erwarten? Die weiß einfach nichts über dieses Pferd. Gaia hat gut gefressen. Es ist in der Zeit, sich schlafen zu lassen. Gute Nacht, Gaia. Alter sie doch einmal mit einem Alterungspunkt. Yay. Herzlichen Glückwunsch, Gaia. Es ist im 8. Trächtigkeitsmonat. Du kümmerst dich sehr gut um sie. Danke. Gern geschehen. Ab dem 8. Trächtigkeitsmonat darf sie zum Fuhlen keine Aktivitäten mehr praktizieren. Gut. Für Gaia ist heute so ein ruhiger Tag. Bis auf die Pflege. Wir beginnen mit dem Striegeln. Yep. Haben wir geschafft. Hab ich gut gemacht. Jetzt schau sie auf mich. Anschließend füttern wir sie. Aber nur mit Grünfutter. Ja, weil sie nichts anderes braucht. Weil sie ja nichts anderes gemacht hat. Aber ich hätte sie doch streicheln können. Aber das darf ich nicht. Ich darf mein eigenes Pferd nicht streicheln. Obwohl ich es möchte. Hier bitteschön. Der Tag von Gaia geht hin. Es ist Zeit, sie schlafen zu lassen. Ich will sie aber streicheln. Alter Gaia, ein letztes Mal, um zu Ende der Trächtigkeit zu gelangen. Nahten Gaia. Herzlichen Glückwunsch. Gaia ist jetzt zwölf Monate trächtig. Sie wird demnächst Fuhlen. Oh yeah. Deine Stute ist bereit abzufohlen. Stell sicher, dass sie in einen Reizvertraum untergebracht ist und rufe den Tier an. Ich habe kein Reizzentrum. Damit sie ohne Zwischenfälle Fuhlen kann, musst du ein Reizzentrum holen. Achso, ja gut. Damit sie ohne Zwischenfälle Fuhlen kann, musst du einen Tierarzt holen. Wie so ein Reizzentrum holen. Herzlichen Glückwunsch. Gaia hat zwei wundervolle Fuhlen zu weit gebracht. Ausnahmsweise handelt es sich um einen Hengst und eine Stute anstelle von echten Zwillingen. Es sind deine Fuhlen. Daher solltest du ihnen auch einen Namen geben. Normalerweise sind es nur gleichgeschlechtliche Fuhlen. Zwei Männchen und zwei Weibchen. So kenne ich es. Namen. Ich brauche einen Namen. Oh, ba, ba, ba. Warte, für den Namen möchte ich mir was einverlassen. Einen Moment. So. Oh Gott. Hier habe ich ganz viele Vorschläge. Nee, für den Namen nehme ich nämlich Leute, die immer aktiv in den Kommentaren waren. Beziehungsweise auch in der letzten Folge. Und so nehme ich Teot. Auch wenn das vielleicht nicht sieht. So. Und das andere möchte ich halt jemanden, der wirklich immer aktiv ist, den ich immer sehe. Halt. Oka. Ruto. Habe ich richtig geschrieben? Dafür muss ich gerade gucken. Oka Ruto. Ja. Sieh richtig aus. Gut. Das sind meine kleinen Fohlen. Fortfahren. Yay. Gaia wird jetzt mal in meine Zucht zurückkehren. Und du kannst dich ab sofort um deine eigenen Pferde kümmern. Dazu gebe ich dir einige Alterungspunkte. Ey. Das war mein Pferd. Oh. Eine letzte Sache möchte ich noch erwähnen, bevor ich gehe. Weißt du, dass es private Nachrichten gibt? Ja, das weiß ich. Du hast übrigens eine Nachricht. Oh. Wow. Danke. Willkommen im Nachrichtensystem. Willkommen in deinem Nachrichtensystem. Hier findest du Nachrichten zum Spielen und kannst mit den anderen Spielern kommunizieren oder sogar Freundschaften schließen. Die privaten Nachrichten sind beispielsweise eine Hilfe, wenn du Decksprünge oder Decksprünge reservieren oder den Verkaufsbreit eines Pferdes aushandeln möchtest. Du kannst jederzeit die Foren des Spiels besuchen. Foren sind der ideale Ort, um andere Spieler um Hilfe zu bitten. Jetzt solltest du dich wieder um deine Foren kümmern. Du bist mit Tutorial zu Ende? Ne. Hier hast du einen Reichtum-Privileg des Züchters, mit dem du 100 pro Tag erhältst, sofern du dich am Vortag angemeldet hast. Dankeschön. Ich bekomme Money. Money, Money, Money. Ich muss mich jetzt einmal wieder um mein eigenes Reizzentrum kümmern. Ich komme bald wieder. Kümmer dich bitte ein. Gut um deinen Fohlen. Gut. Und später werde ich wahrscheinlich noch das Reizzentrum alles kennenlernen. Das darf ich noch gar nicht. Ich glaube nach 30 Tagen Anmeldung. Meins. Hier. 19. Nach 20 Tagen. Gut. Und das sind halt meine Pferde. Und ich zeige euch jetzt einfach nochmal. Wow. Ne, das sind hier... Was ist das jetzt? Ich wollte auf meine Pferde gehen. So. Das sind meine Pferde. Theon und Okahoto. Aber ich werde euch jetzt nochmal was anderes zeigen. Ich melde mich jetzt mal ab. Und wir sehen uns gleich mal in meinem richtigen Account wieder. So Leute. Jetzt sind wir hier einfach mal in meinem alten Account drin. Ich war jetzt auch schon länger nicht mehr da. Ich weiß gar nicht wie lange ehrlich gesagt. Auf jeden Fall sehr lange scheinbar. Ich wollte mal gucken. Was habe ich als erstes eigentlich noch geschrieben und so gemacht? Oh da war ich doch 20. Ich habe nämlich mal vor ein Jahr oder anderthalb Jahren habe ich nochmal gespielt. Und dann war ich wieder offline. Also ich habe nie wirklich was gemacht. Ja, seit 2010 bin ich angemeldet. Boah. Das ist ewig hier eigentlich. Dann habe ich hier, das ist was ich gesagt habe. Warte mal, wo? Habe ich hier nämlich meine Sachen. Gegenstände verkaufen. Habe ich glaube ich alles in Grünfutter investiert, oder? Ja, nee, in Weizenklei. Ich habe einfach mein ganzes Geld in Weizenklei. Ich habe 2.324.000 in Weizenklei, damit ich das Geld später wiederkriege. Also ich bin Geldabend. Dann habe ich hier meine Einhörner. Und meine Esel. Man kann nämlich auch Einhörner haben. Esel und Kaltblüter. Hier sind die Esel. Die sieht man aber nicht richtig, weil ich da schon was drüber habe. Dann habe ich hier meine Stute. Das sind ein paar mehr. Dann habe ich meine Hengste. Das sind ein paar weniger. Dann hatte ich damals noch ein Team. Und meine Pferde ohne Zucht. Warum habe ich dich eigentlich? Ich finde dich hässlich. Egal. So Leute, wenn ihr Lust habt, dass wir erstmal zusammenspielen. Und dass wir hier weiterspielen. Dann schreibt einfach mal in die Kommentare, mit welchem Account ihr spielen wollt. Ob ihr von vorne anfangen wollt. Oder ob ihr wollt, dass ich halt mit meinen schon bestehenden Account spiele. Ob ihr überhaupt wollt, dass ich spiele. Und ob ihr selbst gespielt habt oder spielt. Schreibt einfach mal in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.